da kommt doch macht er sich aufsichtbar eine aus eine blöchhütte läuft jetzt richtung berg der hat meinen generator kaputt gemacht diese ja der ist hinter mir der ist hinter mir das ist so unfair wenn du die 20 prozent überlegt machte das fünfmal ja ich habe keine anzeige wo sind bei mir ich höre bloß die scheiß glocke wo ist denn hier die kiste am ausgangstor direkt links dem generator vor der blechhütte okay du bist am falschen blick ja du bist am falschen blick wir haben immer noch mars denn auch stört im frau dann raus mal ist doch so im kotzen wird ja nicht einmal ja auch noch sehr froh auch schmeiß nicht alle paletten auf nein mache ich ja nicht wasser gerne oder boom 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 das war generatoren zu zweiter zu dritt mal ich bin jetzt am bagger ich mache den nächsten da genau da liegt er und alle der hatte ich drei vorte voll kreis von gejagt ich habe eine grüne kreis von der auge ausgerüstung was hier worden geändert er jetzt ist unsichtbar immer unsichtbar und kämpft steht neben mir wer hat es geht da hin ab hatte herz schlack nirgendwann Er hat bestimmt den Dings drinnen. Wenn der unsichtbar ist, hat er keinen Herzschlag. Ja, der hat bestimmt Dings drinnen. Herzsucher. Nein. Die Karte des Herzsucher. Ja, hat er nicht. Ja, der steht da am Schrauben dran. Ich mein Dings hier, das ist dieses Unsichtbarkeitszeug da, das hier. Der steht da vor mir. Also ist er noch bei dir, ja? Ja, ja, der geht schon die ganze Zeit um mich rum. Okay. Das ist natürlich auch nicht clever, ne? Loser. Vor mir. Immer noch vor mir. Wer geht jetzt nochmal mit der Wetter weg dir? Ich will ja. Mann, ey. Was machst du da? Ich habe versucht, den abzulenken. Ja, alles bringt nichts. Wieso kann ich mich nicht selbst heilen? Oh mein Gott, ich kann mich nicht selbst heilen. Das Spiel ist doch total ruhig, ey. Der ist hier am Tor. Ich kann mich nicht selbst heilen. GG, Alter. Piss gerne, Alter. Mache Chance weiter. Kann dir nicht helfen. Bringt nichts. Bringt neustauf. Mann, der hat mich... Warte, pass auf, ich helft dir. Ja. Ja, sowas bei mir mit den Gents machen und mit den Haken. Ihr habt keine Leistung gehabt. Bei Beige. Was ist das für ein Pisschen schon wieder, Mann? Ey, ich kanns... Ich schreib nachher ein Ticket, Alter. Ich schreib einen Text unter meinem Text. Es ist doch so, Mann. Zero. Er hat nichts drin. Wussten die so, Knecht. Guck dich hin, Mann. Ach, Schmidi, doch nicht mal von hinten. Gib doch mal ne Hundesteuer. Kann ich von vorne machen, dann gibts hin. Wo ist dann? Ne, ne Ahnung. Hätt bestimmt schon mal den Generator kaputt gemacht. Ich bin hinten am Bagger. Äh, da müssten wir dann auch mal gehen, wa? Äh, hier links den Generator mal. Kommt da gerade. Blacky, du bist zu groß, Mann. Ah, der ist. Blacky, du bist zu groß. Bleibst sitzen. Bleib doch sitzen, Blacky. Ja. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Ich bin mit Springboost gegen diese scheiß Dings gelaufen. Blacky, der läuft hinter dir hinterher. Ist der bei euch? Ja. Naja, der ist bei mir. Oh nein. Oh nein. Boah, ich laufe mit Springboost gegen diese Wände, Mann. Was ist da los? Hä? Ja, das ist nur da oben. Das ist nur bei dem Vogel da oben. Ey, lass doch mal Region wechseln, Alter. Diese Kacke. Wo bist du ja eigentlich, Mann? Ich liege. Ich liege. Auf dem Sonntag fangen wir an zu hämmern und zu bohren, ey. Nee. Ist ja Hammer, ey. Ach, hier. Nee, doch nicht. Dreckspack. Ja, aber nee. Wo nicht? Wo bist denn du? Blecky, wo bist denn? 1, 2 und los, komm. Hopp. Geht doch. Wie er sich unsichtbar macht und sich in eine Ecke verkriecht. Da läuft er hier wieder rum. Schönes Ding. Wo ist er denn? Komm weg, Mann. Hing mal hier nicht zu ab. Erst weg, geh weg. Hau ab. 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 Bist du verrückt? Kannst du noch nicht machen. Ich hing schon. Das ist mein Todesurteil. Echt? Jawoll. Wasch noch. Ja, lass mal treffen, du Schnitzel. Du Schnitzel. Schnitzel. Veganschnitzel. Gruschel, gruschel. Haha. Wieso macht er die Paletten eigentlich ja nicht kaputt? Ich kann mich dazwischen nicht heilen. Weg, ich bin weg. Wo seid ihr denn? Mann. Ich bin jetzt gerade ja im Ausgangsturm mit dem E-Generator. Ja, ich bin auch da. Oh, jetzt muss ich mich selber heilen. Ich kann mich nicht selbst heilen, Mann. Er hat mich verpackt, geschlagen, ey. Du standest gerade über mir. Du standest gerade über mir. Du bist gerade bei mir. Ich gucke ja bei Lecky gerade zu. Bei mir bist du gerade hergeflogen. Du bist superman. Ey, Karo, der hat mich hier einmal geschlagen. Ich kann mich nichts machen, Alter. Alles verpackt, Mann. Du standest gerade über mir. Du standest gerade über mir. Oh, ja. Jetzt stehe ich so voll in der Mitte. Der ist gerade Richtung Bagger hier rannt. Und rubbelst in der Luft rum. Geh mal da, was der für einen dreckigen Arsch hat. Knauze, Alter. Mach den Generator da. Iiiih, geh dich mal waschen. Wer kommt hier gerade? Linke Seite. Nein, scheiße. Oh, egal. Lass den Generator machen. Ach, da wart ihr. Ja. Wer kommt hierher mit dem Ding? Lass mich. Versuch. Oh Mann, ey. Scheiße. Wow. Der jetzt hat er die Palette kaputt gemacht. Versuch, der ist da noch. Scheiße. Haut dein neben, das ist ein Stinkebiber, Alter. Jetzt hat er sie unsichtbar gemacht. Der steht am Eingang. Der steht am Eingang. Der steht am Eingang. Alter, wirst du raushauen. Pass auf. Dort. Kannst du Sie bei assists sein? Ey, reporte auf jeden Fall. Der hat mich schlagen. Der schlageniy. defeated Wir denken, han, meditation und Moskent zu oder wo ist. Ja, hier. Wo bist du du? Beim Bagger? ich kann mich nicht selber heilen wozu habe ich diese scheiß medic koffer dabei mann ich weiß auch nicht ich kann mich selber heilen laufe aus mann du bist am bagger sagt er läuft hinter mir ja ja ich habe ihn gesehen der war gerade bei mir da immer noch bürger da oben drin nein dahinter einer wand der mit seinem scheiß unsichtbar macherei alter wo bist du denn da kommen immer noch nein diese blöde sau ich bin hier bei diesem bagger ja du bist nicht hinter dem haken an den bagger oder ich bin hier an diesem bagger da ist ein generator der schon fertig nein ich bin hier hinter diesem bagger hängt einen haken da bin ich da an der ecke ihr seid weder auf der anderen Seite man kann in den bagger oben rein gehen ja weißt du ja ja ich stehe doch dann komm doch raus wo bist du denn hier bleck du bist beim falschen bagger bei dem es geht doch mal zu dem bagger alter ja ja ich bin auch dabei dem bagger das war noch ein anderer bagger da hätte er da hinkommen können ja jetzt brauchst du nicht mehr kommen jetzt trefft euch gleich hui ihn da runter noch ja guck mal in der luft liegt mal hinterher ich bin eh klauen gleich komm her wieder blecky du brauchst nicht hinlaufen ja ich wollte den verletzten runde holen da steht diese knecht links daneben mal hier